So, let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Doom. Oh Gott, ich hab's immer noch nicht vermisst. Leichen, oh mein Gott, oh mein Gott, ach so, oh Gott. Alles klar. Okay, das sieht nicht lustig aus, ich trau ihm nicht. Ich hab keine Munition mehr. Aber sie sind beide tot. Oh, ist nicht gut, wenn sich das Automate speichert, oh das ist nie gut. Das Artefakt kann mit Menschenseelen aufgeladen werden. Was? Ach du. Heiliger. Alter. Okay. Okay, das ist einfach nur... ...epik. Alter. Oh mein Gott. Das ist sowas von absolut abartig. Ernsthaft. Das ist so abartig. Oh. Oho. Was geht hier? Okay. Okay. Ähm. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie. Zeit zum Speichern. Zeit zum Speichern. Ähm. Zeit zum Speichern. Okay. Naja, ich hab immer das Gefühl, ich werde sterben. Ja. Ich hab euch gesagt, ich werde sterben. Ich hab's euch gesagt. Hm? Wer traut mir nicht? Hä? Hä? Brauche ich dieses Artefakt oder was? Oh. Oh mein Gott. Damit bin ich ja irgendwie mal mega supi schnell. Heiliger. Was zum Teufel? What? Alter. Was ist das denn für ein geiles Ding? Ey. Mann, ich hab ich auch schon noch nicht mehr gesehen, Kumpel. Und was ist da? Sagen wir's? Ich weiß nicht. Ist da was? Äh. Ich glaub nicht. Alter, das ist ja ein übelstes Hack-Ding. Oh. Das hört sich mir nicht gut an. Naja, eigentlich hört sich mir echt gar nichts gut an. Naja. Oh. Oh no. Oh. Das Viech ist böse. Oh, das Viech ist böse. Das Viech ist böse. Alter. Schade. Ich hab schon gedacht, ich kann das aufnehmen. Hm. Hm. Oh. Entnahme. Oh oh. Oh. Ich verstehe. Hä? Einfügen. Ah. Ich verstehe. Ich brauch wieder dieses komische Herz, ne? Ja. Gib mir das Herz. Bäh. Oh. Und. Adios. So. Und jetzt. Los. Los. Mein Herz. Hä? Funktionierst du? Ich hab doch auf Entnahme gedrückt. Alter, ich hab auf Entnahme gedrückt. Verdammt. Okay, nochmal. Los. Aha. Grandios. Gott. So episch, ey. Verwende eine Energiezelle, um den Transportluft zu starten. Aha. Alter. Alter. Das hat ja lustig. Das hat ja lustig gehört. Oh. Oh. Was? Äh. Hä? What? Oh. Oh oh. Oh. Ist das nicht gut an? Oh, das hat's nicht gut an gehört. Oh. Oh. No. Alter. Alter, da war doch grad ein Mensch. Wurde der da reingezogen. Iiiiiiii. Spinnenweben. Spinnenweben. Heureu. Heureu. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh jo. Ich. Hab ihn umgebracht. Ha. Ich hab ihn umgebracht. Yeah. Oh mein Gott. Das ist geil. Die Waffe ist ja episch. Die ist ja. Die ist. Los komm her. Willst du mich verarschen? Nein 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 nein. Ey das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Na danke. Ich will dich töten damit. Ja okay. Jetzt funktioniert sowieso. Ja okay. Los. Stirb. Stirb. Gut. Gut. Ihr werdet alle sterben. Oh oh. Tot. Ah. Stromausfall. Wir servieren sie. Äh. Ja gut. Alles tot. Alles tot. Alles tot. Ja. Gracias. So. Sonst irgendwas? Munition? Irgendwas? Na. Nö. Gut. Dann können wir wieder gehen oder? Dann können wir ja offiziell wieder nach Hause gehen. Ja. Gut. Buh. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Hörst du auf. Hörst du auf. Schändisch. So. So. Jetzt mschen. Irgendwie hat sich das gerade schon füß an. Oh oh. Das hat sich nicht gut angehört. Hallo? Oh. Dankeschön. War nicht gebrochen. Nein. Danke. Alter. Das ist echt. Eklig. Aber auch irgendwie hilfreich. Äh. Oh. 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 Alter. What? Alter. Das ist geil. Das ist ja eklig. Hallo? Ist hier irgendwas? Oh. Oh. Ich verstehe. Oh. Geil. Muss ich da hin? Oder ist es nur so ein Bonusraum? Etwas? Ah. Sieht eklig aus. Sieht eklig aus. Und es ist verdammt. Oh. Ruhig. Hier drin. Verdammt ruhig. Hier drin. Oh. Ich hab Angst. Nervös meine ich. Nervös. Nervös. Oh. Aha. PDA. Boah. Los. Gib her. Sean Westner. Dein Herz ist bei mir. Gut aufgucken. Okay. Schauen wir mal. Was hat denn der Gute? Sean Westner. Keine gespeiterten Audio-Logs. Ja. Das ist aber doof, oder? Sicherheitscodes. Aha. Okay. Hier im Erebos-Komplex ist die Hölle losgebrochene. Oh. Das ist doof. Das ist ganz offensichtlich doof. Oh. Oh. Warte. Ja, wenn das so ist. Ja, wenn das so ist. Also warte. Was war das? Ich brauche sofort. Äh. Hä? Ihre Nachricht. Ich brauche sofort die Sicherheitscodes. Ja. Toll. Und? Oh. Warte. 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 Sicherheitscodes. Äh. 5,6. Schauen wir mal. Vielleicht hilft's ja. Godlike. Ähm. Ey. Moment mal. Hier war ich doch. Hä? Hier war ich doch. Ja. Hier war ich schon. Aha. 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 Oh oh. Nicht cool. Nein. Nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Tschö. Alter. Geh weg. Verdammt. Verdammt. Sag mal. Willst du nicht sterben? Danke. So. Und stirb. So. Mein Gott. Gott. Guck mal. Mensch, Mensch. Kinder ey. Ihr macht es mir echt. Schleif. Oh, du hättest nicht geblattet. Oh, heiliger. Nein. So. Gracias. Tschüss. Tschüss. Oh, tot. Vielleicht hier noch was? Oder... Aha, okay. Aha! Oh, 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 oh. Nicht gut, oh, nicht gut. Oh, heiliger. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, gut. So. Perfekter. Was ist das überhaupt? Na, egal. Ah, das hört sich gut an. Gib mir die unglaubliche... Nein, 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 nein. So. Yeah. Oh, mein Gott. Das Ding ist ja ultra geil. Das Ding ist ja Wahnsinn. Das Ding ist ja kack Wahnsinn. Oh, noch. Gregory Martin. Halleluja. Geringe Energie. Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Heiliger. Alter, alter, alter. Ah, 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 ah. Sterb, sterb, sterb. Sterb. Oh, mein Gott. Halleluja. Halleluja. Der war nicht schlecht. Ey. Ey, ey, heiß, 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 heiß. Alter, der war nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Der war nicht... Ah, nicht gut. Nicht gut. Und... Los. Nicht... Oh. Aha. Ist da drin. Da drin kommt irgendein ganz böses, ultra-mega-Monsterviech. Ich rieche es. Ich rieche es. Ja. Ja. Ciao. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Heiliger. Heiliger, Heiliger, Heiliger. Heiliger, Heiliger. Okay. Tot. 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 Gut. Schön. Schön. Aha. Aha. Energiezelle einsetzen. Na, toll. Ich hab gar keine. Was macht man, wenn man keine hat? Kann wieder heimgehen, oder? Gut. Aha. Sag mal. Ach, doof. Ja, zumindest hieß es hier was. Machen wir sonst irgendwas? Nö. Toll. Ich brauch jetzt irgendeine dumme Energiezelle. Gut. Irgendeine dumme Energiezelle brauch ich. Und wo kriegt man die her? Das ist es jetzt rauszufinden. Das ist es jetzt rauszufinden. Psch. Oh. Energiezelle. Energiezelle. Wo sind die Energiezellen? Kann mir das jemand sagen? Hab ich irgendwann verpasst? Oh. Verdammt. Ich hab wieder irgendwo irgendwas verpasst, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Irgendwann hab ich wieder was verpasst. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das kann nicht sein. Mensch, ich kenn das. Hä? Also da oben war keine, oder? Da oben war doch wirklich keine. Schauen wir mal, was mein PDA sagt. Was sagt mein PDA? Verwende eine Energiezelle, um den Transport zu starten. Aha. Also, nichts wirklich wissenswertes aus meinem PDA. Das ist natürlich gut. Eigentlich nicht, ne. Eigentlich ist das doof. Das ist echt doof. So, wo versteckst du dich? Kleine Energiezelle. Energiezelle vielleicht hier? Dö. Vielleicht, äh... Ey, das ist ein Granat. Oder Schrothülsen. Natürlich. Okay. Energiezellen. Mietz, 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 Mietz. Kann doch nicht sein, oder? Kann es sein? Ne. Hab ich vergessen, oder? Von ganz Anfang an hab ich sie vergessen. Klar, oder? Alter. Das hört sich sehr komisch an. Ne. Hab ich die von noch von viel früher vergessen, ne? Sag mal. Kann ich jetzt echt nur den ganzen Weg nach Hause gehen? War das die von vorher? Die, wo ich entnehmen hätte müssen? Ne, oder? Oh, ne. Ne, oder? Oh, Mann, ey. Das ist echt uncool. Oh, das ist echt pretty uncool. Sag mal, wo hab ich denn jetzt diese blöde... Okay. Okay. Ben, du hast es andeutig verkackt. Hab ich es verkackt? Ey, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Ich hab jetzt jetzt alles geregelt. Und so. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Verdammte Hacke, ey. Das ist echt... Sag mal, was war das denn? War das hier das? Schmeißt man nach mir jetzt schon Schaufeln? Sag mal, das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch echt nicht sein. Ist hier drin eine gewesen? Oh. Natürlich. Aha. Naja, toll. Auch nicht wirklich, ne? Nö. Eigentlich auch nicht wirklich, ne? Sag mal, das gibt's ja nicht. Ach nö. Komm, Ben, stell dich doch nicht so an. Ey. Ich mag's überhaupt nicht, wenn ich mich so anstehe. Stell dich mir nur dreimal dran vorbeigelaufen. Kann ich mir so gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich so gut vorstellen. Weil ich mich einfach... Ist vielleicht so eine Energiezelle? Hä? Kann ich dich eigentlich... Naja, ich glaube jetzt noch nicht. Das wäre einfach nur... Pretty unklar. So. Also, ich stehe jetzt hier... Mit keiner Energiezelle der Welt. Ja. Wahrscheinlich musste ich davon jetzt nur auf den Knopf einfügen drücken. Ich kann das wirklich mir so gut vorstellen. Jetzt schauen wir noch nach. Das schau mal. Das will ich jetzt noch wissen. Ne, das will ich jetzt noch wissen. Hi. Lag die da auch schon vorher? Nur so. Frage. Frage. So. Also. Hier irgendwo... Ich sag's euch. Wenn die jetzt hier irgendwo ist in der Ecke. Energie. Bitte einsetzen. Einfügen. Du verarschst mich. Oh Gott. Und ich hab gedacht, ich muss eine Mitte holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott. Naja. Ich sag's euch. Nobody's perfect. Und weh, es wird gehatet deswegen. Ich bin halt alt und senil und... Naja. Ich mach's immer komplizierter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz... Versagendem. Okay. Naja. Nicht aufregen. Ist nur ein Spiel. Hi. Mein Name ist Ben und ich sage für Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil and on... Oh Gott. Ne, das sag ich nicht mehr. Sag ich... Oder ich sag's nicht so oft. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi.